Willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind noch bei den objektorientierten Themen und wollen uns heute mal um den Konstruktor kümmern. Zielgruppe ist 11. und 12. Klasse Anwendungsentwickler und alle Interessierten. Nun, wir haben uns in den letzten Objektorientierungsvideos ja diese Beispielimplementierung angeguckt, haben dort auch diverse Methoden schon besprochen und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr die wesentlichen Eigenschaften und Funktionalitäten da so einigermaßen im Griff habt. Wenn nicht, einfach vielleicht die letzten ein, zwei Videos nochmal anschauen. Wir sehen jetzt hier die UML-Notation mit den einzelnen Methoden. Wer das UML-Thema noch nicht so drauf hat, ich verlinke euch noch unten mal ein Video zum Thema UML-Klassendiagramm. Da steht es dann nochmal drin, was dieses ganze Plus und Hashtag und diesen ganzen Kram bedeutet. So, in diesem Umfeld bewegen wir uns jetzt. Jetzt deklinieren wir das einfach mal durch. Und wir wollen ein Rechteck uns jetzt mal anschauen. Ja, wir wollen ein Rechteck erzeugen und dieses Rechteck soll jetzt einfach nur, ja, wir können uns das vorstellen wie, ich sag jetzt dem Rechner, mach ein Rechteck. Ja, wir haben ja eine Klasse Rechteck definiert und der Rechner soll jetzt ein Objekt realisieren. Und in der realen Welt würden wir jetzt eventuell, ja, wen würde man für ein Rechteck engagieren? Irgendein Maler, irgendein Malereibetrieb und würden dem den Auftrag in die Hand drücken, erzeuge ein neues Rechteck. Recht für mehr Informationen geben wir dem jetzt einfach nicht. Und ja, der nimmt das jetzt an und sagt, ja, ich mache jetzt ein Rechteck. Und was rauskommt, sieht dann vielleicht so aus. Ob es das gefällt oder nicht, keine Ahnung. Wir haben ja nicht mehr gesagt. Wir haben einfach nur gesagt, erzeuge ein Rechteck. Wenn wir uns diesen Code mal ansehen, warum dieses Rechteck jetzt so aussieht, wie es denn aussieht, müssen wir an ein paar Stellen jetzt mal genauer hingucken. Wir sehen hier zum Beispiel haben wir die Länge und die Breite unseres Rechtecks als Default-Werte hinterlegt. Wir haben einfach gesagt, die Länge ist 1, die Breite ist auch 1. Und somit sind wir hier bei einem Quadrat. Die Farbe haben wir hier unter der Klasse Geo-Objekt ja definiert, weil das ja für alle Kind-Klassen gelten soll. Und hier haben wir jetzt einfach mal die Farbe Null als Default-Wert hinterlegt. Ja, und deswegen ist das Ding auch am Ende des Tages schwarz geworden. Bei der Fläche haben wir jetzt ein kleines Problem. Wir haben die Fläche hier als Null gesetzt. Und das ist falsch, weil ein Quadrat mit der Kantenlänge 1 hat die Fläche 1. Gut, jetzt können wir auf die Idee kommen und könnten sagen, gut, dann schreiben wir hier halt als Default-Wert die Fläche 1 rein. Das wäre jetzt richtig. Das heißt, jetzt würde die Fläche zu den Kantenlängen passen. Okay, jetzt haben wir mal ein weiteres Problem. Wenn wir uns jetzt den Kreis anschauen und hier haben wir jetzt einen Default-Radius von 1, dann haben wir wieder ein Problem, weil die Fläche des Kreises mit dem Radius 1 ist nicht 1, sondern 3,14. Weil 1 mal 1 mal 3,14, das wäre die Kreisfläche. Das heißt, das funktioniert nicht. Da müssen wir jetzt irgendwas ändern. Was wir machen könnten wäre, dass wir jetzt anstatt dem Radius 1 ein Radius setzen, der, wenn wir ihn durch die Kreisberechnung jagen, dann die Fläche 1 ergeben würde. Das wäre dann dieser Radius. Ja, wenn ich das Ding quadriere und mit Pi multipliziere, kommt wieder 1 raus. So, damit hätten wir es einigermaßen glatt hingezogen. Ist nicht schön, aber es würde gehen. So, der Umfang, der gibt es ja auch noch. Und wenn wir jetzt diesen Radiuswert in einen Umfang umrechnen würden, eben mal 2 nehmen mit Pi multiplizieren, kommt jetzt dann 3,54 irgendwas raus. Das heißt, ja, da hätten wir jetzt auch wieder so einen krummen Wert, aber das wäre jetzt zumindest mal ein Wert, wo wir den Umfang und die Fläche des Kreises entsprechend jetzt korrekt hätten. Das passt aber jetzt wieder nicht zu folgendem. Bei unserem Rechteck hatten wir Länge und Breite 1. Und das passt jetzt auch nicht mehr mit dem Umfang, weil zweimal Länge plus zweimal Breite wäre 4 und nicht 3,5 irgendwas. Das heißt, wir haben jetzt ein ernsthaftes Problem. Wir können quasi für die Eltern keine Default-Werte finden, die für alle Kinder dann entsprechend passen. Das geht nicht. Ja, und wir haben jetzt hier nur Rechteck und Kreis. Wenn ich jetzt noch Dreieck und Fünfeck und weiß der Kuckuck was alles daherbringe, dann wir werden keine einheitliche Lösung finden. Das heißt, so können wir es nicht machen. Wir können nicht mit diesen Default-Werten arbeiten, weil wir intern dann einfach falsche Werte haben. Gut, gucken wir uns mal an, wie wir das Ganze eben realisieren. Vielleicht können wir an der Stelle irgendwie eine Lösung für unser Problem finden. Also wir haben ja schon mal in den anderen Videos gesehen, dass das Schlüsselwort für die Erzeugung von Objekten aus Klassen New ist. New ist die Anweisung an Java, dass ein neues Objekt erzeugt werden soll. Und das wäre jetzt in unserer realen Welt der Handwerker. Das ist der, der sozusagen zuständig für das Doing ist. Und dem drücken wir jetzt den Auftrag in die Hand. Was soll der machen? Und das wäre dann dieses Ding. Das ist der Konstruktor. Der Konstruktor heißt ja so wie die Klasse. Insofern weiß er, welche Klasse er instanziieren soll. Gut, das wäre jetzt der Auftrag in der realen Welt. Und damit muss er jetzt zurechtkommen. Und deswegen haben wir ja gesagt, er baut jetzt eben dieses Standardwerk, dieses rechte Quadrat. Wir wissen jetzt, dass intern die Werte falsch sind, nämlich Umfang und die Fläche. Da haben wir irgendwie potenziell Fehler drin. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, ob wir dieses Objekt in der Variable myR so anpassen, damit eben Umfang und Fläche korrekt sind. Und das wäre jetzt hier der Aufruf von Kalkfläche. Und ich sage, hey, zu dem Programmierer, wann auch immer du ein Rechteck erzeugst, du musst zwingend danach die Fläche berechnen, weil die ist potenziell falsch. Gleiches gilt natürlich für den Umfang. Also er ist potenziell falsch. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen in der Doku unseres Codes hinterlegt. Wer auch immer ihn nutzt, muss nach der Erzeugung des Objektes diese beiden Methoden aufrufen. Und das sollte jetzt jedem so ein bisschen klar werden, dass das ein ziemlich schlechtes Design ist. Das wird vergessen werden. Das fliegt so nicht. Also da können wir an der Stelle sagen, wir brauchen was Besseres. Die Frage ist, können wir jetzt nicht vielleicht in diesem Konstruktor diese Berechnungsaufrufe hinterlegen? Das wäre eigentlich ganz praktisch, wenn wir eben dort, wo eben dieser Konstruktor liegt, einfach sagen, hey, im Konstruktor berechne gleich Fläche und Umfang. So viel erst mal zur Idee. Die Frage ist natürlich jetzt, wo ist denn dieser Konstruktor eigentlich? Wir haben den ja gar nicht codiert. Es gibt keinen Konstruktor, den wir geschrieben haben. Jetzt müssen wir uns erst mal überlegen, woran das liegt. Gut, Konstruktoren. Überlegen wir mal, was da alles dahinter steckt. Also was wir ja schon mal wissen ist, dass zumindest in Java der Konstruktor genauso heißen muss wie die Klasse. Das ist für Java die Indikation, welche Klasse instanziiert werden soll. In anderen Programmiersprachen ist es vielleicht anders, PHP als Beispiel. Aber gehen wir mal von den wesentlichen oder wichtigen objektorientierten Programmiersprachen aus. Da ist es so, dass der Konstruktor immer genauso heißt wie die Klasse. Und wir haben jetzt auch gesagt, der muss existieren, weil Java anhand des Konstruktor-Namens erkennt, welche Klasse instanziiert werden muss. Und damit muss das Ding ja da sein, weil sonst können wir ja gar kein Objekt erzeugen. Jetzt ist es so, dass es immer einen Default-Konstruktor gibt. Und der ist da, auch wenn gar kein Code dazu geschrieben wurde. Das heißt, den generiert Java automatisch. Java erkennt sozusagen, hoppla, der Programmierer hat gar keinen Konstruktor hinterlegt in seinem Code. Also mache ich das automatisch. Und der macht eigentlich nichts, außer er erzeugt halt im Zusammenhang mit dem Schlüsselwort new das Objekt. Und den kann ich überschreiben. Das heißt, der Default-Konstruktor, der mir von Java zur Verfügung gestellt wird, den kann ich einfach überschreiben und kann sagen, nö, ich mache meinen eigenen. Gucken wir uns das im Code mal an. Also das ist jetzt wieder unsere Klasse Rechteck. Und die soll jetzt einen Konstruktor bekommen. Okay. Dort packt man rein. Und wie wir schon sehen, hat den gleichen Namen wie die Klasse. Soweit erstmal nachvollziehbar. Und wir haben keinen Rückgabewert. Also ein Konstruktor gibt nicht irgendwie Integer oder sonst irgendwas zurück, sondern da steht gar kein Rückgabewert, weil der Konstruktor ja immer das gleiche zurückgibt, nämlich das Objekt von genau dieser Klasse. Also muss das hier nicht hinterlegt werden. Beziehungsweise es darf auch nicht hinterlegt werden, weil daran erkennt Java, dass es sich um einen Konstruktoraufruf handelt. Wichtig zu verstehen ist jetzt, dass der Default-Konstruktor, den mir Java sonst zur Verfügung stellt, gar nicht mehr da ist. Also wenn ich mindestens einen Konstruktor selber schreibe, egal welchen, existiert der Default-Konstruktor nicht mehr, weil ich dann sozusagen die Oberhand über die Konstruktoren habe. So und in diesen Konstruktor packe ich jetzt alle Initialisierungsmethoden, also alle Methodenaufrufe, die ich brauche, um mein Objekt intern sauber aufzuräumen oder vorzubereiten für den Einsatz, die kommen da rein. Man kann auch die Initialisierungen selber dort reinpacken. Also ich habe die jetzt oben direkt bei der Deklaration von Länge und Breite, aber das kann man durchaus auch beim Konstruktor als solches mit einer Zuweisung machen. Das ist Geschmackssache. Es gibt Leute, die präferieren das eine, andere das andere, muss jeder für sich selber entscheiden, aber man kann es da reinpacken. Was ich aber zwingend dort machen muss, ist den Aufruf der Initialisierungsmethoden, weil das kriege ich ja oben bei den Variablen nicht ohne weiteres hin. Okay, damit haben wir jetzt unseren Konstruktor gebaut. Was ich jetzt in meinem Hauptprogramm machen kann oder eigentlich sollte oder muss, muss man fast sagen, ich muss diese beiden Methoden hier rausschmeißen, weil die habe ich ja jetzt automatisch in meinem Konstruktor hinterlegt und dort oben rufe ich den Konstruktor auf und dann brauche ich eben nicht mehr diese manuellen Geschichten. Und damit habe ich jetzt sichergestellt, dass jeder, der meinen Konstruktor aufruft, sprich jeder, der ein Objekt erzeugt, automatisch implizit diese beiden Methoden aufruft. Und dafür ist der Konstruktor da, für die Vorbereitung des Objekts für sein Leben sozusagen. So, die nächste Frage, die sich jetzt hier stellen muss, ist, dürfen Konstruktoren eigentlich Parameter haben? Und die Antwort ist, na klar. Gucken wir uns das hier mal an. Wir haben jetzt hier unseren Konstruktor mit Rechteck und wir dürfen jetzt einfach den Konstruktor überladen. Hier haben wir ihn. Wir haben einen überladenen Konstruktor. Wir haben zwei Parameter, nämlich Länge und Breite hinzugefügt. Und damit haben wir jetzt hier Set Länge, Set Breite und Kalkfläche und Kalkumfang. Und jetzt wirft sich automatisch die Frage auf, könnten wir denn dieses Kalkfläche und Kalkumfang von dem unteren Konstruktor einfach mitrufen, mit benutzen? Sprich, können wir von dem parametrierten Konstruktor den unparametrierten aufrufen? Und dieser Aufruf, der geht zwar, hat aber einen kleinen Pferdefuß. Und das ist, er muss am Anfang des Konstruktor-Codes stehen. Das heißt, hier oben beim parametrierten Konstruktor ist das erste, was ich reinschreiben muss, den Aufruf des unteren Konstruktors. Und der hat, da gibt es ein Schlüsselwort dafür, das ist this. This steht ja immer für das eigene Objekt. Und in dem Fall auch für den eigenen Konstruktor. Also mit this, Klammer auf, Klammer zu, rufe ich den unteren Konstruktor auf. Das bringt mir aber an der Stelle nichts, weil ich muss ja erstmal Länge und Breite setzen, damit meine Fläche und Umfangsberechnung auf sinnvolle Werte kommt. Das heißt, wenn ich mit this zuerst aufrufe, dann Kalkfläche, Kalkumfang und danach die Fläche und die Länge und die Breite setze, dann sind sie ja wieder falsch. Also das ist an der Stelle nicht so hübsch. Ich würde hier einen anderen Weg empfehlen. Und zwar würde ich jetzt hier einfach eine Methode für Initialize, eine Private Methode bauen und die von beiden Konstruktoren aufrufen. Und damit habe ich das Problem ganz elegant umschifft. Aber das ist nur Nebenkriegsschauplatz. Gut, jetzt ist die nächste Frage. Was passiert denn eigentlich, wenn ich diesen überschriebenen Default Konstruktor rausschmeiße? Das heißt, wenn ich diesen Konstruktor ohne Parameter gar nicht mehr programmiere, existiert dann der von Java erzeugte Default Konstruktor eigentlich noch? Und das können wir ganz einfach ausprobieren. Wir gehen einfach in unser Malprogramm, das ist unser Hauptprogramm rein und dort sagt uns Java schon, nö, den gibt es nicht mehr. Das heißt, wir können an der Stelle davon ausgehen oder was ist, wir können nicht davon ausgehen. Es ist so, dass Java, wenn wir einen Konstruktor selber bauen, egal ob mit oder ohne Parameter, dann sagt Java, dann baue ich den Default Konstruktor nicht mehr, weil der Programmierer will den ja gar nicht. Der will den eigenen haben. Was heißt das für unser Programm? Oder wir können es ganz gut eigentlich vergleichen mit der realen Welt. Wir haben jetzt hier den Auftrag versucht zu platzieren, erzeuge ein neues Rechteck. Und streng genommen haben wir unseren Handwerker jetzt zu wenig Informationen gegeben. Der sagt, hey, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Wenn ich ein Rechteck zeichnen soll, dann brauche ich da ein paar mehr Details, weil wir unseren Konstruktor ja jetzt so gebaut haben, dass er Parameter zwingend benötigt. Und wenn wir Ihnen jetzt den richtigen Auftrag geben, male ein Rechteck mit der Länge 1 und der Breite 2, dann sagt er, ich habe alle Informationen, weil genau das ist ja jetzt sozusagen das Pendant für unseren Konstruktor mit zwei Parametern. Eben ein Auftrag, wo eben einzutragen ist, was die Länge und die Breite unseres Rechtecks ist. Und damit haben wir jetzt unser Rechteck neu realisiert. Gut, also das sollte jetzt relativ einsichtig sein. Also nochmal wichtig, wenn wir Konstruktoren bauen, dann steuern wir damit die Möglichkeiten von Java oder dem Nutzer unserer Klassen, beim Erzeugen des Objektes gleich Parameter zu hinterlegen. Und da können wir jetzt mehrere Konstruktoren hinterlegen oder wir können auch nur bei einem bleiben und eben den Nutzer zwingen, genau über diesen Konstruktor zu gehen mit null bis vielen Parametern, wie viel auch immer wir vorsehen. So, jetzt ist die Frage, können denn die Elternklassen auch Konstruktoren haben? Unsere Elternklassen, die haben ja auch, sind ja auch instanziierbar, zumindest momentan. Das können wir irgendwann mal ändern, wenn wir das Ganze mal mit abstrakt besprechen. Aber Stand jetzt sind es ganz normale Klassen und die können dann natürlich auch Konstruktoren haben. Und wie wir sehen, bei der Geoobjektklasse wäre zum Beispiel die Farbe ein sinnvoller Wert. Ja, weil wir haben ja die Farbe als Instanzvariable auf Geoobjektebene definiert und können jetzt eigentlich sagen, hey, wenn irgendjemand ein Geoobjekt erzeugen soll oder möchte, dann muss er die Farbe hinterlegen, weil ich möchte nicht immer, dass alles schwarz ist. Das heißt, wir können jetzt hier auch einen Elternklassenkonstruktor definieren und die Frage ist jetzt, was passiert jetzt mit den Kindkonstruktoren? Wir haben jetzt hier beispielsweise beim 2D-Geoobjekt jetzt die Pflicht, den Konstruktor der Elternklasse aufzurufen. Wir müssen, wenn die Elternklasse einen Konstruktor vorgibt, also nicht den Default-Konstruktor, sondern einen selbstgeschriebenen, müssen wir den von den Kindklassen aufrufen. Warum ist das so? Stellen wir uns noch mal ein reales Beispiel vor. Gehen wir mal davon aus, unsere Elternklasse ist ein Respy. Ja, also wir definieren das jetzt einfach mal so. Und wir sagen, wir können mit dem Respy nur dann sinnvoll was anfangen, wenn da ein Betriebssystem drauf ist. Also sagen wir, wir bauen einen Konstruktor, einen Respy-Konstruktor, der als Parameter das Betriebssystem hat. Nur dann möchten wir mit diesem Objekt Raspberry Pi arbeiten. Und jetzt erweitern wir den mit Kindklassen und sagen, eine Kindklasse hat jetzt hier so ein Netzteilmodul mit dran. Dann wird es weiter erweitert um irgendein AD-Wandlerbohrt und dann haben wir meinetwegen noch irgendwie so ein abgefahrenes Teil. Und die Anforderungen der Elternklasse bleiben aber bestehen. Wenn die Elternklasse sagt, ich kann nur sinnvoll arbeiten, wenn ich ein Betriebssystem habe, dann kann ich sonst noch was dran schrauben an den Respy. Die Anforderung bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt eine erweiterte Klasse mit Zusatzmodulen und so weiter habe, bleibt die Kernaussage von der Elternklasse bestehen. Ich brauche ein Betriebssystem. Und genauso funktioniert es auch in der Programmierung. Wenn die Elternklasse sagt, ich brauche eine Farbe und ich erweitere die Elternklasse in einer Kindklasse, dann bleibt die Forderung der Elternklasse immer noch bestehen. Ich brauche eine Farbe. Also muss zwingend die Kindklasse bei der Elternklasse die Farbe hinterlegen. Ob es jetzt mit einem Parameter über den eigenen Konstruktor macht und dann super und diesen Parameter aufruft oder über super dann Defaultwert aufruft oder einträgt, ist komplett egal. Entscheidend ist, dass ich diesen Supercall drin habe. Und das gilt natürlich jetzt auch für das Rechteck. Auch hier brauche ich jetzt den Aufruf des Superkonstruktors. In dem Fall ist es jetzt das 2D-Geo-Objekt. Der existiert ja jetzt auch dieser Konstruktor. Also muss ich bei Rechteck den Superkonstruktor aufrufen. Das Schlüsselwort für die Elternklasse ist super. Und insofern heißt der Superkonstruktor oder der Elternkonstruktor aus Sicht der Kinder einfach super. Und damit rufe ich jetzt, wenn ich jetzt ein Rechteck-Objekt erzeuge, rufe ich den Konstruktor des 2D-Geo-Objekts auf. Der wiederum den Konstruktor des Geo-Objekts. Das heißt, wenn ich jetzt den Rechteck-Konstruktor aufrufe, habe ich implizit noch zwei weitere Konstruktor-Calls, nämlich die Superkonstruktoren. Okay, und damit kann ich jetzt eben einen weiteren Parameter hinterlegen. Beim Rechteck-Konstruktor habe ich jetzt nicht nur Länge, Breite, sondern auch die Farbe. Und damit habe ich jetzt eigentlich alles so weit in place, dass ich eben mein Rechteck relativ flexibel erzeugen kann. Der Auftrag würde jetzt so aussehen. Erzeuge ein neues Rechteck und ich kann jetzt hier die Länge, die Breite und die Farbe eintragen. Genau, das wäre jetzt einfach so ein Konstruktor, wo ich sage, der würde funktionieren, weil eben alle wesentlichen Elemente dort drinstehen. So, gehen wir nochmal alles durch, Schritt für Schritt. Konstruktoren, wofür sind sie da? Sie sind dafür da, alle notwendigen Eigenschaften, die ich bei der Erzeugung meines Objektes benötige, schon mal zur Verfügung zu stellen. Wenn ich keine notwendigen Eigenschaften definiert habe, dann ist es einfach nur dafür da, das Objekt zu erzeugen. Okay, wenn ich aber sage, nee, dort muss irgendwas gemacht werden. Ich brauche Parameter, wie beispielsweise die Länge, die Breite, die Farbe. Dann muss ich die bei dem Konstruktor als Parameter hinterlegen. Und wenn es irgendwelche Methodenaufrufe gibt, die intern mein Objekt so weit vorbereiten, dass ich es sinnvoll nutzen kann, dann mache ich das auch in dem Konstruktor. Dafür ist er da. Dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, der Konstruktor ist in aller Regel von der Benahmung her genauso wie die Klasse. Selbst wenn es im PHP anders ist, in den UML-Diagrammen würde man es immer so machen, damit es klar ist. Und wie gesagt, ich gehe jetzt hier von den wesentlichen objektorientierten Programmiersprachen wie Java, C, Sharp, C++ und so Kram aus. Und dort ist es einfach so, dass der Konstruktor genauso heißt wie die Klasse. Er hat keinen Rückgabetyp, sondern es ist einfach nur Public, Klassenname und dann in Klammern die Parameter, die ich brauche. Es gibt immer den Default-Konstruktor. Hier noch ein kleiner Hinweis. Default-Konstruktor heißt eben das, was wirklich Java automatisch erzeugt. Und dann geht die Literatur da so ein bisschen durcheinander. Manche nennen das dann auch den Standard-Konstruktor, wobei die meisten unter Standard-Konstruktor einfach den Konstruktor verstehen, der keine Parameter hat. Also Default wäre dann der automatisch generierte und Standard wäre dann den, den ich überschreibe, ohne Parameter. Aber da ist sich die Literatur nicht immer so ganz einig. Wichtig ist, dass jeder versteht, dass es eben den automatisch erzeugten gibt, wenn ich ihn codemäßig nicht selber schreibe. Und dass ich den dann auch überschreiben kann, indem ich einfach einen eigenen baue. Und den kann ich dann natürlich auch parametrieren. Aber in allen Fällen existiert dann der automatisch erzeugte, genannt Default-Konstruktor, nicht mehr. So, überschreiben darf ich ihn. Und damit existiert er nicht mehr, haben wir gerade gesagt. Und jetzt ist noch wichtig, dass wenn ich einen expliziten Konstruktor in meinen Elternklassen hinterlegt habe, dann müssen die von den Kind-Konstruktoren aufgerufen werden. Es ist sogar so, dass wenn dieser Eltern-Konstruktor der Standard-Konstruktor ist, also der überschriebene Default-Konstruktor, dass die Kind-Konstruktoren den automatisch aufrufen, wenn ich das nicht explizit hinterlege. Aber da reagieren die unterschiedlichen Programmiersprachen ein bisschen anders. Und das wichtig ist, und das als Merkregel, wenn die Eltern ein Konstruktor haben, müssen sie von den Kindern auf die ein oder andere Art aufgerufen werden. Und dieser Aufruf ist immer ganz am Anfang als allererstes. So, dieser Eltern-Konstruktor heißt Super bei den Kindern. Die Eltern-Klasse heißt Super-Klasse. Und dadurch ist der Konstruktor-Name einfach nur Super. Dann ist es einheitlich bei allen Kindern. So, das habe ich auch gerade gesagt. Super ist ganz oben bei dem Kind-Konstruktor. Wir dürfen hier nicht irgendeinen anderen Code vorher aufrufen. Das heißt, gleich nach der geschweiften Klammer auf der Konstruktor der Signatur, geschweifte Klammer auf, kommt als allererstes Super-Klammer auf, Klammer zu. Oder wenn Parameter drin sind, eben mit der Parameter-Hinterlegung. Das wäre es sozusagen für das Thema Konstruktoren. Hier gilt einfach selber ausprobieren. Das muss man selber mal machen mit ein paar Klassen, mal erzeugen, mal ein bisschen rumspielen. Man muss ein paar Fehlermeldungen mal generieren, damit man sieht, wie der Zusammenhang ist. Die Idee, die Strategie der Programmiersprachenmacher war, dass wir mit der Zurverfügungstellung von Konstruktoren den Nutzer unserer Klasse dazu zwingen können, diverse Parameter beispielsweise zu übergeben. Also in unserem Fall war das ja Längebreite Farbe. Und wenn ich diesen Konstruktor vorsehe, dann muss der Nutzer meiner Rechteckklasse eben über diesen Konstruktor gehen. Wenn ich sage, ich möchte es ihm optional anbieten, dann muss ich halt zwei Konstruktoren machen. Einen mit Parameter, einen ohne. Und dann kann er sich selber aussuchen, welcher dieser beiden Konstruktoren er nimmt. Weil die Festlegung der Werte dieser Parameter, die muss ich dann in meinem überschriebenen Default-Konstruktor, sprich in dem Stand-Konstruktor machen und dort entsprechend dann meine Werte belegen. Oder wenn sie sozusagen als Default-Werte bereits bei der Deklaration hinterlegt werden, muss ich mich halt darum kümmern, dass alle anderen Abhängigkeiten sauber aufgelöst werden. Wir haben das ja am Beispiel des Umfangs und der Fläche gesehen. Ja, da würde ich sagen, sind wir soweit durch, durch die Konstruktoren. Und ich werde jetzt noch ein paar weitere Videos zur Objektorientierung nochmal zum Besten geben. Ich möchte das Thema abstrakte Klassen nochmal anschneiden und das Thema Interfaces. Und eine Sache möchte ich noch zum Thema Kapselung zum Besten geben, weil so die Erfahrung lehrt, dass viele Neulinge dann ein bisschen faul sind bei der Kapselung. Und das möchte ich tatsächlich nochmal die Idee hinter der Kapselung auch nochmal in ein eigenes Video reinpacken. Aber das folgt alles jetzt im Nachgang. Insofern dranbleiben und bis zum nächsten Video.